Ski-Carving lernen und heute mit einem Besonderen, dem ersten Gast in unserer umfassenden Serie und das ist Julian Witting. In den kommenden 25 Minuten möchten wir mit ihm tief eintauchen in die Skitechnik des Carvings, möchten seine methodischen und didaktischen Ansätze verstehen, hören auch, welche Fehlerbilder sich in seinen Ski-Coachings so auftun und wie er sie verbessert und schlussendlich auch, mit welchem Ski er am liebsten im Carving unterwegs ist. Das ist also ein sehr spezielles Video, wo es wirklich um die Skitechnik geht, ums Carving im Detail und wir möchten in unserer Serie hier auf YouTube gerne weitere Persönlichkeiten einladen aus dem Schweizerischen Skiverband Österreich, vielleicht auch mal aus Neuseeland und Australien, ganz egal, kommentiert dabei sehr gerne, welche Persönlichkeiten ich mal treffen sollte, um mich mit ihnen so intensiv über Ski-Carving auszutauschen. Und natürlich freue ich mich generell über einen guten Austausch in den Kommentarspalten. Julian und mich verbindet eine unglaublich lange Geschichte. Wir haben uns mit 12, 13 Jahren in unserem Heimatdorf in Hünsborn im Sauerland kennengelernt, waren dort Nachbarn, sind dann mit unserem Skiverein gemeinsam auf Skifreizeiten gefahren, haben die schlussendlich organisiert, eigene Jugendfreizeiten organisiert, sind auf die Skilehrerausbildungen gemeinsam gegangen, haben dann die YouTube-Kanäle gemeinsam gestartet, dann hat sich das Ganze beruflich etwas verloren, sind andere Wege eingeschlagen worden. Jetzt in diesem Video kommen wir aber auch wieder zusammen. Das freut mich ganz besonders und ich freue mich für euch, wenn ihr aus diesem Video ganz viel mitnehmen könnt, ganz viele verschiedene Ansätze, die Julian vermittelt in seinen Skicoachings, aber auch grundsätzlich mal tief eintaucht in solch einen Austausch. Viel Spaß dabei, wir sehen uns jetzt gleich im Sessellift wieder. Gehen wir vielleicht einfach mal von der Basis aus, ich meine Grundposition, das haben wir schon so ein bisschen erläutert, aber erstmal auch von der Emotion. Warum magst du das Carving so sehr? Ja, es ist das Spielen mit den Kräften, oder? Das ist auch dann der Sprung jetzt für den Skifahrer, so von dem mittleren Tempo kontrolliert fahren, in den sportlichen Bereich und da fängt es dann an, richtig, richtig Spaß zu machen, wenn man dann in die Kurve reingeht, so den Druck am Außenski spürt und dann den Ski immer weiter kanten kann, der Skirin so richtig rumzieht und man dann wieder in die nächste Kurve schon fast reinspringen kann, wenn man so viel Druck vom Außenski bekommt. Das ist einfach ein, für mich, phänomenales Gefühl und, ja. Wahrscheinlich würdest du es als deinen Lieblingsschwung bezeichnen? Ja, kurze fahre ich mittlerweile auch sehr gerne, aber wenn ich dann eine gut gedügelte Piste habe, egal wie steil, dann ist das schon immer das Geilste, dann richtig all-in zu gehen und dann einen Carving-Schwung dann da reinzusetzen, also das ist schon das Geilste. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier so ein bisschen den Sonnenuntergangs-Flair für euch ausgepackt und hier sind auch schon einige dieser Pisten, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, in verschiedenen Steilheiten, aber was ist denn so deine Lieblingsabfahrt, vielleicht auch von der Farbe Blau, Rot, Schwarz für Carving-Schwünge? Ja, also, schwarz. Also, schon gerne auch auf roten, auf blauen ist auch, wenn man richtig Speed hat, macht es auch Spaß, aber, klar, die größte Herausforderung, die geilsten Pisten, immer die schwarzen Pisten, wenn man es dann schafft, da einen vollgeschnittenen Carving-Schwung zu fahren, dann ist das auch vor, wo man so richtig stolz danach ist und merkt, okay, ich habe jetzt so, wenn man sich jetzt eingesteht, vielleicht ein bisschen Bammeln, ein bisschen Angst gehabt, habe ich überwunden und bin reingegangen, habe alles gegeben, habe Tempo kontrolliert, die Abfahrt gestalten können, ohne ein hohes Risiko einzugehen, dann ist das für mich so, okay, das ist geil, hätte ich gerne wieder, aber da müssen auch die Bedingungen passen, das Wetter passen, aber so auf einer schönen roten Piste, jederzeit gerne. Ja, genau, also, ist natürlich auch ein großer Punkt für euch, ne, also, Julian spricht da über Profiniveau, auf einer schwarzen Piste wirklich geschnitten zu fahren, meine Güte, da muss dann schon viel passen, da muss ja auch vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit irgendwie abgebaut werden, da kommen wir dann vielleicht später rein, ich denke, du wirst dann vor dem Schwung vielleicht auch mal so ein bisschen was an Geschwindigkeit abbauen und dann durchziehen, aber, wenn man es ganz geschnitten schafft, auf einer schwarzen, das ist natürlich die Crème de la Crème. Jetzt sind wir natürlich über die Hänge gegangen, hört sich mega sportlich, mega spannend an, gehen wir mal aufs Equipment. Was ist dein Lieblingsski, mit welchen Skiern bist du am liebsten im Carving unterwegs? Also, ich habe da eigentlich so zwei Herzen in mir schlagen, ich liebe diese Sportcarver, die einen so richtig reinziehen, die ja auch immer gefahren werden wollen, wenn es mal ein etwas kürzerer Carving-Schwung sein darf, aber eigentlich, ja, ich bin ja jetzt auch schon über 30, nicht weit verstehen, aber fahre ich auch gerne die Riesensladung-Ski, weil die ein bisschen träger sind, tempostabiler sind, geben mehr Sicherheit, aber die sind natürlich dann nicht so spritzig, da muss man ein bisschen mehr was auch tun, dass der Skier dann kommt, man muss dem Ski mehr Zeit geben zu fahren und, ja, also, ich bin froh, dass ich beides im Keller und im Auto habe. So, was reden wir da in Radien? Also, der Racecarver, Riesensladung-Ski, also mindestens mal über 20 Meter? Ja, ich habe da einen 19 Meter, das finde ich schon ganz gut, ich finde, so ab 18 geht es eigentlich los, 18 Meter, ich habe nur einen 27 Meter, aber den fahre ich nie auf der Piste, ehrlich gesagt. Ja, da wird es dann auch sehr spannend. Genau. Auf der Piste. Und bei den Sportcarvern, wenn du da auswählst, jetzt hast du hier gerade einen Völkel Deakin unterm Fuß, was ist das genau für einer? Ja, der liegt in 72 Master und der hat 16,5 und der will wirklich immer gefahren werden. Wenn man vom Riesensladung kommt, ist das schon eine riesige Umstellung, weil der ist schon spritzig, also der will in die Kurve rein. Also kein Ski, der jetzt einfach so komfortabel in die Kurve rein geleitet, sondern auch gefahren werden will. Ich habe ja zum Beispiel hier ja den Magnum, das ist eher so ein Ski, wo man jetzt sagen würde, ja, okay, der läuft locker easy, da muss man nicht viel machen. Ist natürlich für viele von euch, die vielleicht starten, genau da die richtige Wahl, aber dann mal über einen Deakin zu gehen oder vielleicht zu so einem Riesensladung-Ski, mega spannend. Genau, das sagst du auch, ne? Auch wenn man jetzt hier die nicht-Mastis-Version nimmt, dann ist das ja auch ein Ski mit dem gleichen Radius. Der ist halt, um ins Carven reinzukommen, viel schöner, weil der will halt in die Kurve rein. Verstehe ich. Der muss ja nicht so viele Aktionen aus dem Sprung- und Kniegelenk kommen, dass man dann in die Kurve reinkommt. Cool, wir fahren mal zum Hang und da geht's dann weiter. Jetzt haben wir uns hier was ausgesucht. Sonnenuntergang ist auf jeden Fall da. Stehen wir an der Piste natürlich jetzt am Nachmittag ein bisschen ausgefahren, so den ein oder anderen Hügel erkennt man. Vielleicht auch so ein bisschen dein Tipp an der Stelle. Wie hältst du es dann, wenn du Carving am Nachmittag fahren willst? Wo fährst du hin? Also suchst du dir in den Gebieten immer die leeren Pisten schon am Morgen raus oder geht es dann an den Pistenrand? Ja, also man muss halt gucken, dass es nicht zu hoch frequentiert ist jetzt bei solchen Buckeln. Man kann sowas auch fahren, aber es ist dann im Carving ja schon sehr herausfordernd. Du musst da oben sehr, sehr stabil sein. Die Beine müssen sehr, sehr stark federn. Ist jetzt eigentlich nicht mehr so ein Carving-Genuss, sage ich mal. Genau. Da kann man sich dann auch anpassen, auch mal einen kurzen fahren. So. Ist dann auch cool, dann durch die Buckeln und die Buckeln auch zu nutzen für die Schwünge. Ja. Aber man kann es auch carven, aber ich würde es dann eher dann auch auf einer richtig schönen gebügelten Piste fahren. So. Am frühen Morgen, die haben wir aber auch da unten noch, die Piste. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt steigen wir mal so ein bisschen ein in das Thema so technisches Verständnis. Wenn du ans Carving denkst, wo beginnt es bei dir? Also was sind so die Übungen, wo du sagst, ja, das ist für mich so das erste Bild oder die Übung, die ich da mal mitgeben möchte? Ja, es ist eigentlich eine ganz klassische Übung, die du, glaube ich, auch eben mal an deinem Video gefahren bist. Ich habe es aus dem Lift gesehen, ist, man fährt in den Hang rein und versucht dann über das Kippen der Beine und dem Ausgleich in den Oberkörper dann den Berg wieder raufzufahren. Ist die einfach die schönste Übung, um mal auch die Kräfte zu erfahren. Und ist dann auch der erste Unterschied, wo man den Unterschied erfährt, hey, von diesem drehenden Arbeiten, wo ich quasi diese Korkenzieherbeinbewegung habe, hin zu dem, ich kippe die Beine rein und ich vertraue auch dem Ski, dass er mich um die Kurve trägt. Weil das ist bei ganz vielen, die auch zu mir in die Kurse kommen, ist das das größte Thema, erst mal dem Tempo zu vertrauen und dann auch die Fliehkräfte zu haben, um erst mal carven zu können. Verstehe. Also häufig ist es einfach so, okay, sie sind noch in dieser Drehbewegung drin und haben da eben noch nicht das Urvertrauen, dass die Konstruktion des Skis sie fährt, oder? Ja, genau. Die Selbststeuereigenschaften wurden noch nicht so erfahren und da muss man sich ganz langsam ran tasten. Erst mal auf einer blauen Piste starten, wo man wirklich einen flachen Auslauf hat. Wenn es nicht klappt, ist auch egal. Dann kann man noch mal stoppen. Und dann tastet man sich ran und versucht dann wirklich mal schön die Beine nach innen zu bewegen, also quasi dann bergrauf, wenn man rumfährt und der Oberkörper hält die Balance, geht nach außen. Wir machen quasi hier so eine Banane und dann merkt man, okay, ich bin auf der Kante der Ski, will fahren und dann kommt man so in das erste Carving-Gefühl rein. Mega gut. Für diese Fahrt jetzt hier würde ich sagen, wir beide gehen vor allen Dingen sportlich Skifahren und Carven. Ich würde jetzt nicht so sehr diese Übungen vorfahren, außer es gibt explizit eine, die wir so vorfahren. Aber das, was du gerade gesagt hast, in der Form haben wir schon mal gezeigt. Lass uns einfach sportlich Skifahren beim nächsten Treffen unten. Da reden wir beide nochmal über das nächste Thema. Alles klar. Ja, dann hauen wir rein. Auf Gas. Auf geht's. Voll Gas. Traumhaft. Geil. Sauber. Das sah fett, ey. Das war doch schon mal was, hä? Zusammen macht es doch umso mehr Spaß. So ist es, ey. So wie in alten Zeit. Bei den Hügeln jetzt gerade natürlich so ein bisschen das Durchfahren, ja? Aber einfach, wie du sagst, ja? Die Kräfte spüren. Ja. Die Kante spüren. Und zwischen dem Buckel war es noch richtig schön hart. Du hast da Glück bekommen. Ja, genau. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich bin nur noch von Buckel zu Buckel gespüren. Ja, richtig gut. Richtig gut. Und ja, jetzt waren wir quasi bei diesem Thema, okay, Einstieg ins Carving. Ja, also wenn man vom Fortgeschrittenen kommt. Jetzt senken wir mal eine Spur weiter und sagen, okay, jetzt wird es mal ein bisschen, also man hat das jetzt verstanden, es geht über die Kante dahin. Was sind der nächste Schritt oder die Punkte, die dich am meisten mitnehmen? Ja, es ist dann ganz, ganz wichtig, ich meine, wir haben ja jetzt, wenn wir uns das Thema Carving anschauen, die Kurvensteuerung angeschaut. Also quasi, wie es der Name sagt, da, wo wir die Kurven steuern. Was dann ganz viele dann nicht mehr beachten und nicht weiterarbeiten, ist in der Kurvenwechsel. Ja, das ist für mich der Ursprung von ganz, ganz vielen Problemen und viele verpassen den Kurvenwechsel und können, also ich sage immer, im Kurvenwechsel erarbeiten wir uns die Position, dass wir dann unsere Kant- und Drehbewegung, wenn wir halt einen gedrifteten Schwung fahren oder nur Kantbewegung, wenn wir Carven fahren, die Position erarbeiten wir uns da. Wenn wir das nicht machen, können wir nicht sauber aus den Beinen kippen, dann müssten wir hier so reinkippen, das ist dieser ganz klassische, wie Jörn Tirol sagt, der Arschwackler. Ja, also es geht über die Hüfte rein. Ja, genau. Und dann komme ich ganz, ganz schnell in eine Endposition. Und dann ist nichts damit, dass ich mich harmonisch über die ganze Kurve bewege und den Ski kante, sondern ich komme in eine Endposition und ich werde dadurch auch Passagier auf dem Ski. Du hast auch vor allen Dingen, meinst du damit, in eine Position bringen, die mich wieder bewegungsbereit aufstellt, das heißt nicht zu sehr hinten drin hängen. So nach der letzten Kurve nicht zu weit hinten. Ja, genau. Es ist auch bei vielen schon auch am Kurvenanfang, dass die da nicht vorkommen, wirklich im Kurvenwechsel, sondern immer noch so auf dem letzten Drittel oder vielleicht über den Mittig über die Reihen fahren. Ja. Aber nicht über vorne, über die Schaufel reinkommen und dadurch dann nicht den hier machen können, wenn ich jetzt hier vorne bin, sondern eher vor dem Fleiß sind hier blockiert und müssen dann halt so machen. Verstehe, verstehe. Sie wollen ja einen Kantwinkel erzeugen, aber Sie machen es von den Gelenken her in einer falschen Position oder in einer falschen Weise. Also irgendwie hier anstatt hier unten aus dem Sprunggelenk, aus dem Fußgelenk heraus. Genau. Anstatt den Sprung nach oben aufzubauen, wird halt direkt oben genommen. Ja, und da komme ich in die Endposition. Und wie du richtig sagst, das ist wirklich dann nicht nur, weil ich den Kurvenwechsel verpasse, sondern das ist dann, weil ich zu weit hinten bin. Okay. Ich kann halt nur meine Dreh- und Kantbewegung machen bei den so konstruierten Carving-Ski, wenn ich von vorne den Schwung fahre. Okay, ja. Und das ist dann der nächste Step, also dass ich dann, da geht es auch langsam in die schwarze Ebene, in die Experten-Ebene, dass ich dann meine Wechselbewegung anpasse, dann nochmal Augenmerk drauf lege, dass ich dann sauber über den Außenski geführt in die Kurve reinfahre. Und dann habe ich auch, wie ich eingangs gesagt habe, ganz früh den Druck auf die Innenkante des Skis und kann ihn dann richtig schön kanten und auch so kanten, wie ich möchte. Dann kann ich auch mal einen kurzen Carving-Schrung fahren, einen langen Carving-Schrung fahren und ganz, ganz wichtig für viele, auch ich habe Grip auch auf Eis. Ja, genau. Das ist der Trick beim Eisfahren. Ich muss meine Wechselbewegung vom Timing her und vom Umfang her anfassen. Damit ich dann den Kantengriff bekomme. Jetzt quasi ein Punkt, wie kann ich das in Form von Übungen machen? Gibt es da irgendeine Übung, wo du sagst, boah, ja, also der Schüler, die Schülerin hängt hier hinten, kriegt es eben nicht hin. Was ist da so eine Übung oder irgendwas, was du mitgibst? Was mir selber da sehr stark geholfen hat, ist, ich war ein Bein reinfahren mit zwei Beinen rausfahren. Das ist so eine Übung aus dem Rennlauf. Ich fahre quasi, wenn ich den Carving-Schrung reingehe, mache ich den Flamingo. Das heißt, ich hebe den Innen-Ski an, kann ich Boden parallel machen oder Flamingo. Ich würde es mit Flamingo machen, dass die Schaufel im Schnee ist und dann habe ich die Rückversicherung, dass ich vorne bin. Ich fahre an die Kurve rein und wenn ich dann Druck aufgebaut habe auf der Innenkante des neuen Außenschis, dann kann ich ihn auch wieder absetzen. Es geht nur darum, möglichst früh zu merken, ich komme auf die Innenkante des Außenschis. Genau. Und wenn ich dann noch früher kommen will, dann versuche ich mal, wenn ich das mal hier aufmalen darf, dann versuche ich dann, hier beginnt ja eigentlich die neue Kurve im Idealfall, versuche ich schon mal hier, wenn ich die Kurve gerade zu Ende gefahren bin, den Druck vom alten Außenski zu nutzen, gehe dann auf den neuen Außenski rüber, dann kann ich schon anheben und dann fahre ich in den Schwung rein und bin dann nochmal früher dran. Das ist dann quasi der nächste Schritt von der Übung. Mega. Cool, richtig stark. Vielleicht kriegen wir das sogar mal so ein bisschen unten im flacheren Stück eingefahren, mal so ein klein bisschen. Also jetzt hier würde ich eher nicht, also kann man machen, aber ist relativ steil. Ich würde es eher in dem unteren Stück mal ein bisschen mit einfahren. Dann geben wir hier nochmal ein bisschen Gas und dann seht ihr während der Fahrt die Übungen, wie Julian sie quasi einmal vorfährt. Ja! sauber julian es geht langsam die sonne hier weg aber alles gut ja das ist das ist einfach auch das wetter oder auch der tag wo man die berge halt noch mal mehr zu lieben weiß und zu sehr schätzt wenn du halt so ein tag hier hast die sonne strahlt du kannst da so auf den pisten und auch abseits teilweise gas geben das macht schon richtig spaß also flamingo abgecheckt vor allen dingen ja dieses thema hinten raus zu kommen genau was ich auch häufig sehe ist dass die leute irgendwie auf krampf graben wollen oder ich kenne das bild beschreib mal wie du da dran gehst also wenn es jetzt echt heißt so ja ich bin eigentlich noch nicht richtig auf dem aussenstieg aber komm ich schmeiß dich mal rein oder das sind ja auch häufig die die dann richtig tief karven wollen also irgendwie hüfte in schnee und die auch häufig dann sehr taillierte ski haben vielleicht sogar ein slalom ski und da dann schnell reingezogen werden und da den halt verlieren ist auch bei vielen die so auf den ersten skilehrer ebenen sind häufig ein ganz häufiges fehlerbild dass sie dann irgendwann aufhören sich zu bewegen und dann diese ganz klassische plateau phase haben beschreib einfach plateau was genau park and ride du parkst dich quasi praktisch in der position und dann lässt du den ski fahren aber du wirst dich also karting funktioniert ja so je weiter ich den ski auf kannte desto mehr biegt er sich durch und desto enger wird die kurve ja und das kann ich dann beeinflussen wie stark ich kann kannte und wie schnell ich kannte aber ich muss dem ski auch die zeit geben zu kann ich kann jetzt nicht einfach einmal song und dann bin ich da sondern ich muss das versuchen aufbauen zu gestalten das merkmal heißt druck erhöhen und nicht druck druck einzementieren ja genau so ist es ja und das ist natürlich auch also das funktioniert ja schon bei all diejenigen die das dann bei slalom ski zum beispiel machen sie kommen schon irgendwie um die kurve aber sonderlich bewegungsbereit oder auch spaßig sieht es dann irgendwie nicht mehr aus weil es halt so einen wieso es ist nicht mehr die sinus kurve sondern es ist einfach so eine plateau wie du beschreibst irgendwie alles gerade eckig das macht kein rundes bild aus haben wir das problem wenn eine eisplatte kommt oder da irgendwie ein buckel kommt und ich dann auf dem innen ski stehe oder nicht sauber auf dem außen ski stehe wie ich es tun würde wenn ich sauber gekantet hätte dann kann es auch mal schnell auf die innen schulter gehen und dann sind verletzungen die folge und das wollen wir natürlich vermeiden absolut was würdest du da als übung anbieten ja es ist eine variation von der übung von gerade wir heben den innen ski jetzt boden parallel an und wir kannten so lange bis der ski wieder im schnee ist das heißt wir heben den an kanten 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 und irgendwann wird die außenkante des innen skis wieder einen schneekontakt haben fahr ich den schwung fertig und dann mache ich das wieder von vorne all right das heißt ich hebe jetzt nicht brutal hoch an weil das klappt dann nicht und ich brauche ein bisschen geschwindigkeit wahrscheinlich geschwindigkeit genau sonst funktioniert es nicht bin ich auch noch nie gefahren ja das ist eine ganz schöne übung vor allen dingen sieht man dann viele die einen trotzen da innen kippen dann geht das ski auf einmal so plums verstehe weil sie abstützen müssen genau dann muss man das ist so sagen okay geduldiger sein und mehr versuchen über die ausgleichsbewegung über ein kippen der beine nach innen da eine kurve reinzukommen cool dann machen wir das mal fahren wir das mal und dann geht es richtung tal nach ischgül sie leicht angehoben ja und dann irgendwann kommt der punkt da ist er wieder im schnee und dann funktioniert ist echt gut da habe ich halt schön die spannung in der seite bauchmuskulatur bleibt schön drüber und dann hat alles richtig macht dann kann man da hat auch sich richtig rein bewegen die kurve aber ohne dass ich in der position kommen sondern kontinuierlich bewege ja also genau bei der übung sehr sehr schön zu spüren man merkt es ja diese bewegung auf den außen schiedern auch über den oberkörper dass man da den körperschwerpunkt drauf verlagert in der ruhe ja sehr sehr schön und jetzt nehmen wir das ganze noch mal mit julian und gehen noch mal eine runde skifahren ein bisschen hier beim sundowner in ischgl von der id alp ab das stück kennen wahrscheinlich einige von euch auf geht's servus grüß euch ok hammer auch der blick da raus julian immer geil oder fimbartal ein traum daraus richtig richtig schön ja also wir bewegen uns immer mehr in richtung tal und jetzt sind wir auch schon angekommen bei wirklich sportlichen übungen irgendwo drehen wir jetzt mal wirklich kurve komplett auf so ein bisschen oder das heißt kurve wir drehen jetzt mal das können komplett auf und gehen mal richtig in diese richtig krassen kurven was ist für dich da noch irgendwie eine kontrollübung für dich wenn du dich einfährst was in der übung wenn du dich selbst trainieren willst die carving einfach immer noch mal optimieren ist es auch das innenbein wegnehmen als kontrolle schweizer kreuz i don't know was sind da möglichkeiten ja also der größte spiegel des könns ist dann wie gesagt die schwarze piste wenn ich es da dann schaffe bei tempo kontrolle wie du eingangs gesagt hast den schwung zu fahren ich merke ich krieg früh den grip ich bin früh am ski ich habe keinen driftanteil drin dann ist das eigentlich so das kriterium dass ich sage okay das passt so da kann man dann auch nicht mehr den innen-ski anheben weil da muss ich mich auch dann richtig drüber bewegen gar nicht ja sonst geht es dann nicht was kann man dann noch als übung machen was auch ein schöner spiegel ist eine eisige bedingung fürs timing wenn ich am anfang der kurve bei eisigen hartbedingungen grip kriege weiß ich ja auch okay es funktioniert ansonsten mit geschliffenem ski dann weiß ich auch okay es funktioniert das ist einfach mal so situation jetzt so übung das ist ja auch das gute also sehe ich guck mal jetzt haben wir gleich auch eine schwarze piste vor uns das ist also vom timing in diesem punkt auch sehr sehr gut weil im großen und ganzen ist es das ja wir setzen uns beim skifahren als skifahrer immer wieder besonderen bedingungen aus und da dann wieder gut in eine saubere kurvenfahrt zu kommen das macht einen guten skifahrer aus ich weiß noch bei unseren ersten dsv ausbildung hieß es immer wer als skifahrer schnell aus einer situation wo er nicht ganz sicher ist in eine gute situation zurückkommt der ist eben sehr gut und wenn er mal ein hügel kommt dann nimmt man ihn eben mit und ist dann in der lage über zum beispiel die knie die beinarbeit diesen hügel weg zu federn und dann wieder in die kurve zu kommen und das ist glaube ich einer der punkte wo viele einfach auch an sich arbeiten können ja absolut nicht zu steif zu sein sondern da schön locker zu sein nehmen wir das doch mit oder das sind schöne schlussworte ich meine wer im endeffekt auf der schwarzen piste einen schönen carving schwung fahren kann der hat das ding geritzt ist die meisterprüfung genau und dann wer sich trainieren will das sei an dieser stelle von meiner seite auch noch mal gesagt hier der kollege bietet halt skikurse an auf der piste das ist immer so der punkt wir können bei youtube ja viel erzählen und machen und tun aber vor ort noch mal feedback zu bekommen auch wirklich übungen an die hand zu bekommen das ist es im grunde das heißt schaut euch unbedingt mal sein profil an seine website vom julian unten verlinkt und hast du vielleicht noch ein video bei dir was man hier mal einbringen könnte ja super gerne ich habe jetzt gestern zufälligerweise fünf carving killer abgefilmt zum todsünden da waren jetzt auch schon zwei dabei gerade hatten auch noch drei weitere ja super das macht spannend also das video hier oben verlinkt ja und am ende des videos dann auch noch mal perfekt dann gehen wir jetzt mal auf die schwarze wir fahren mal runter richtung ischgl hier ist jetzt genau das gekommen was du gesagt hast viel los viele hügel da lohnt sich der carving schwung nicht aber unten sieht es ein bisschen besser aus kommt mal mit schauen wir uns das mal ja hier trennt sich die spreu vom weiz nicht nur bei der piste sondern eben auch bei dem hang und den fahrkünstler also sehr 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 stark julian das sah echt richtig lässig aus und ich hoffe dass euch dieses ski carving lernen video gemeinsam mit julian wittgen gefallen hat ja vielen dank für die platzfrauen sehr gerne dass ich hier das video machen durfte ja ich meine mega spaß gemacht in summe geht es uns darum die skifahrer auf youtube zusammen zu bringen und eine serie zu erschaffen die immer wieder besser wird wo wir auch einzelne episoden einfangen das heißt wenn du mal irgendwas krass neues über ski carving hörst das ab dann machen wir noch mal ein video ansonsten danke ich dir sehr dein video ist noch mal hier verlinkt und das video wo unsere serie hier weiter geht das ist genau hier verlinkt das heißt ich freue mich wenn ihr da einschaltet und ich danke linus hinter der kamera und an aileen für den schnitt es war sehr schön danke julian ich danke euch und euch viel spaß beim nachmachen und schiheil schiheil